Landschaftspanoramen sind ein absolutes Muss, wenn man im Urlaub unterwegs ist. Ganz oft hat man einen fast 360-Grad-Blick mit tollen Aussichten in jede Richtung und die Optik, die man dabei hat, ist einfach zu lang. Das heißt, nicht weitwinklig genug und ich kann nicht alles auf das Bild packen. Da helfen uns einfach die automatischen Funktionen von Photoshop Elements, um hier ganz einfach tolle Panoramen entstehen zu lassen. Bei der Aufnahme ganz wichtig, wenn Sie jetzt kein Stativ dabei haben, schauen Sie, dass sich an einer Linie orientieren, zum Beispiel der Horizontlinie in der Mitte. Fertigen Sie Hochformataufnahmen an und zwar so, dass sich die Aufnahmen mit mindestens 30% überlappen. Wenn Sie diese Vorgaben hier berücksichtigen, dann ist es für Photoshop Elements kein Problem, hier diese Bilder zu einem neuen Bild zusammenzusetzen. Wählen Sie dazu hier den Befehl Überarbeiten, Photo Merge und dann finden Sie die Panorama-Funktion von Photoshop Elements. Wir können hier in diesem Fenster zunächst die Dateien auswählen. Klicken Sie hier auf Durchsuchen. Ich gehe jetzt mal hier ein kleines Stückchen nach unten. Da fängt es an. Ich habe hier aus Südafrika ein Panorama geschossen. Das ist in der Nähe von Kapstadt. Und ich klicke hier mal auf OK. Sie sehen, es ist eine ganze Reihe an Dateien. Und Sie haben jetzt hier noch mehrere Möglichkeiten in diesem Fenster, was Sie einstellen können. Sie können hier auf der linken Seite das Layout hier bestimmen. In aller Regel würde ich zunächst mal einen Versuch starten mit automatisch. In den allermeisten Fällen liefert es die besten Ergebnisse. Die Bilder sollten ineinander übergehen. Das heißt, dieses auf jeden Fall aktiviert lassen. Auch die Vignettierungsentfernung und die Korrektur der geometrischen Verzerrung. Das heißt, es sind beides Objektivfehler. Die sollten Sie entfernen lassen. Denn wenn das Objektiv, wenn die Bilder am Rand dunkler werden oder eben verzerrt werden, dann wird dies bei dem Zusammenfügen der Dateien einfach schwierig. Und das Bildergebnis wird nicht so schön. Deswegen lassen Sie alle diese Funktionen aktiviert und klicken einfach auf OK. Was jetzt passiert ist, dass Photoshop Elements alle Bilder, Sie sehen es hier auf der rechten Seite in der Ebenenpalette, in das Bild lädt und diese dann analysiert. Die Ebenen werden ausgerichtet. Dabei analysiert Photoshop Elements, ob es übereinstimmende Punkte findet, Kanten findet, die weiterlaufen müssen. Und bei der Vielzahl an Bildern, die wir jetzt hier in dem Fall zum Beispiel haben, dauert das eine ganze Weile. Deswegen blende ich sie an dieser Stelle gerade mal aus und blende sie dann gleich wieder ein, wenn Photoshop Elements fertig ist. So, Photoshop Elements ist mit der Übereinanderblendung der einzelnen Bilder fertig. Und fragt mich jetzt, ob ich hier die Kanten des Panoramas füllen lassen möchte. Aus zwei Gründen werde ich dies jetzt nicht tun. Zum einen weiß ich, dass hier mein Aufnahmerechner etwas schwach bestückt ist mit Arbeitsspeicher. Das heißt, es wird bei dieser Vielzahl an Dateien hier geöffneten Ebenen hier einfach schwierig, weil dieses erfordert viel Rechenleistung. Wir haben das vorhin schon mal bei der Perspektivenkorrektur gesehen. Hier werden dann diese Lücken, die hier transparent durch dieses Schachbrett gekennzeichnet sind, gefüllt. Und aus dem zweiten Grund, ich möchte das Bild hier sowieso jetzt noch beschneiden, um hier die Randbereiche etwas wegzunehmen. Von daher ist es jetzt nicht notwendig, dass ich hier diese Kanten fülle. Das heißt, ich klicke hier auf Nein und wir haben hier das fertige Bildergebnis. Sie sehen, Photoshop Elements hat die einzelnen Ebenen hier übereinander geblendet. Ich kann also hier die Einzelebenen einblenden und ausblenden. Und ich kann jetzt auch diese Ebenen mal auf eine einzige Ebene zusammenfassen mit dem Tastaturbefehl STRG, SHIFT und E. Das Panorama ist jetzt fast fertig. Sie sehen, es ist ein klein wenig geneigt. Ich habe mich anscheinend beim Drehen, ich habe das also nicht vom Stativ aus gemacht, sondern in Freihand ein klein wenig bewegt. Das heißt, wir haben hier ein bisschen einen ansteigenden Horizont drin. Und diesen möchte ich jetzt noch korrigieren. Das heißt, mit STRG und T rufe ich mal das Transformationswerkzeug auf und werde hier einfach das Ganze drehen, bis wir hier wieder eine waagrechte Horizontlinie bekommen. Ich beschädige das Ganze und um hier das Unwichtige hier oder den Rand oder auch diesen Schatten hier noch ein bisschen zu eliminieren, wähle ich jetzt noch hier das Beschnittwerkzeug, sage keine Beschränkung und ziehe jetzt hier einfach einen Beschnittrahmen auf, indem ich hier den Bereich, den ich für das Panorama auswählen möchte. Also ich möchte hier nicht zu viel Grünzeug hiermit auf dem Bild haben. Und damit ist das Panorama fertig gestitcht. Sie sehen einen kleinen Fehler, den ich, ich könnte sagen, absichtlich eingebaut habe, aber nein, ich habe einfach nicht nachgedacht. Wenn man Bilder für ein Panorama aufmint, sollte man tunlichst den Polfilter hier vom Objektiv nehmen. Sie sehen hier in der Mitte eine deutliche Abdunklung des Himmels. Und das kommt einfach daher, dass die Wirkung des Polfilters, also selbst wenn Sie die Kameraparameter, die Aufnahmen, die Blende auf manuell gestellt haben und hier so eine gleichmäßige Belichtung hier eigentlich gewährleisten, hat man das Problem, dass je nach Winkel zur Sonne die Wirkung des Polfilters mal stärker oder schwächer ist. Aus dem Grund haben wir hier in der Mitte auch eine Abdunklung des Himmels im Vergleich zum Rest des Himmels. Und deswegen haben wir hier die Notwendigkeit, dass wir hier manuell noch etwas nacharbeiten wollen. Wenn Sie so etwas vermeiden wollen, einfach den Polfilter runterschrauben, bevor so ein Panorama angelegt wird und dann hat man keine Probleme in der Nachbearbeitung. Wir können es noch ein klein wenig verbessern, indem wir hier mit STRG und J die Ebene duplizieren und den Ebenenmodus auf Negativ multiplizieren stellen, um hier das Ganze etwas aufzuhellen. Und nachdem wir das nur hier in diesem Bereich aufhellen wollen, lege ich bei gedrückter Alt- oder Wahltaste hier eine Ebenenmaske an und wähle dann einen weißen Pinsel, ein bisschen größer, kann man ruhig deutlich größer wählen, um hier eben schön sanft diese Aufhellung ins Bild malen zu können. So würde ich es schon belassen. Das sieht schon ganz gut aus. Deckkraft noch ein wenig senken, um den Effekt nicht zu künstlich werden zu lassen. Also wie gesagt, ganz bekommt man diese Abdunklung jetzt nicht weg. Aber so durch diese Einschungsebene im Modus Negativ multiplizieren, kann man das auch schon deutlich verbessern. Wir sehen uns auch bei der letzten Woche beim Video zum nächsten Mal. DannIL przew